Ich war sechs Jahre alt, in der Eifel gefangen In der du ohne kriminell zu werden nicht viel reißen kannst Und als Einzelkind zeigte ich schon öfter meinen Mann Weil kein großer Bruder da war, der dich aus der Scheiße reiten kann Die Grundschulzeit verkrankt, jeden Tag ne Boxerei Eine Gruppe Russlanddeutsch, ich schlug mir meinen Kopf zu rei Die erste Lucky Strike, ja, School aus dem Schulhof, fuck Ich hab gehustet und gekotzt, was soll ich sagen, Gruppenzwang Das erste Bier, mein Opa hat mich schnippen lassen Heute sitz ich dauerblau zu Hause rum und kipp in den Karten Ich nahm Puchs und snipfte Nasen, bis der Arzt auf einmal kam Naja, wenigstens vergesse ich niemals diesen Heiligabend Ich fühlte mich scheiße, warst wie überpackt vom LKW Doch solange ich Magic Maschungs hatte, war die Welt okay Ich nahm fast alles, was mir in die Finger kam Trotzdem leb ich noch und ich mach weiter Bis ich nicht mehr kann Solang die Welt sich noch dreht, mach ich weiter Bis nichts mehr geht Solang das Rittburger noch schmeckt, bleib ich in der Eifel Ich geh hier nicht weg Solang meine Mutter noch lebt, bleib ich hier Und mach sie stolz, bis sie irgendwann geht Solang die Leber nicht streikt, quäl ich sie mit Alk Bis in alle Ewigkeit Solang die Welt sich noch dreht, mach ich weiter Bis nichts mehr geht Solang das Rittburger noch schmeckt, bleib ich in der Eifel Ich geh hier nicht weg Solang mein Herz noch schlägt Trag ich es mit Stolz Unterm rechten Fleck Solang die Sonne noch scheint Geh ich mit meiner Frau ans Ende Wie Borne und Kleid Nicht stolpern Leute Jetzt kommt die Werbung Deshalb sollten auch Sie jetzt Hill O'Beans koffeinfreien Kaffee probieren Denn Kaffee ohne Koffein ist wie Sex ohne die Tütchen Und nicht vergessen, Happytime Frühstücksflocken mit dem Löffelzucker Mehr gibt Ihnen eine Tumorähnliche Wurrung an der Innenseite der Magenwand Aber für reinere, weißere, kuschligere Laken Werfen wir heute einen Blick auf den Ku-Clux-Kladen Haben Sie hier in Ihrem Leben etwas Weißeres gesehen? Der reine Sportkanal Der reine Nachrichtenkanal Der reine Kartoffelpufferkanal Der Zermanschnitttiere Identifizierungskanal Der Lasst-U-Schweine-Latein-Sprichen-Kanal Der Hautkrankheiten-Kanal Der Staubsaugerbeutekanal Gibt's denn heute überhaupt nichts Vernünftiges im Fernsehen, was man sich angucken kann? Nein, nein, jetzt Ist nichts Megatomi, niemals ohne mich Nichts Kochen? Kannst du gleich vergessen Bonsai-Light Danke, Blasmusik Nein, läuft nicht Tit-Parade ist nicht doch genug Wo sind die anspruchsvollen Sendungen? Die Sendungen, die das Leben bereichern Die keine Beleidigung für die Intelligenz sind Ah, schieß rein Die Sendungen, die das Leben bereichern Die Sendungen, die das Leben bereichern